Flachgriller hassen diesen Trick. Leckere Porketter vom Drehspieß, vom Bräuking. Nach dem Rezept vom Grillcoach Gerrit. Er dreht und dreht und er wird. Und die Kruste, Leute. Ja, die Kruste. Perfekt. Boah, mega geil, oder? Jetzt der Anschnitt. Rauf aufs Weißbrot und zusammen mit dem Nils, dem Nordsee-Griller, genießen. Freunde, macht's mal nach. Bis dennne. Ciao. Boah, oder?